So, da bin ich auch schon wieder. Äh, ja, Level 5. Und weiter geht's. Das sieht ja auch heiß aus hier. Nein, nicht nach oben. Okay. Miese Sache, miese, miese Sache. Ne Igelbiene! Äh, üüüüü. Boah, das niedrig Und jetzt geht's hier wieder rein Puh Ähm Die sind ganz fies, die Viecher Und, oh man Sehr schön So soll's sein So, hier geht's lang Und, äh, hier geht's wieder rein Und, wow So, da unten hab ich ein Leben gesehen Wenn mich nicht alles täuscht Nein Och ne, jetzt bin ich schon wieder Game over Ich sollte mir aufpassen Ja, mach schneller Ach Mist Tut mir leid, Leute Ich bin heute irgendwie nicht so ganz gut in Form Was Kirby angeht Und dann auch solche gemeinen Sachen So, jetzt nochmal das Ganze So, hier geht's lang Kommt man da vielleicht lang Oder so Ne Hier geht's lang Und, hopp Den haben wir aufgesaugt Und los Kirby Ah ja, muss den halt ausspucken Und So, der ist tot Der überspringt uns Der ist tot So, ouch Und wir haben ein Leben dazu bekommen Was ist das? Keine Ahnung Ein Seil, das durch die Erde führt Lol Wie kann ich das denn jetzt? Hä, wie kann ich das denn jetzt verwenden? So, verstecke ich mich drin Und jetzt springe ich wieder raus Das ist ja cool Allerdings weiß ich nicht, wie ich's anzünden soll Ich hab vielleicht ne Idee Ich habe Das gibt es doch jetzt nicht, oder? Das kann doch jetzt nicht sein Ja, natürlich Ach, man Ups, da war Das war der falsche Knopf So, jetzt den da oben mal Kaputt machen Okay Jetzt geht's hier wieder Oh, das ist Das ist doch so gemein Die fallen runter Wenn man Erst wieder im Bild ist Dann scheinen die einfach stehen zu bleiben So, meine Idee war jetzt Ne, hat nicht geklappt Das kann doch nicht sein, Leute Oh, das klappt auch nicht Ja, jetzt zieht ihr euch einfach so hier schnell raus aus dem Level Ach, Mann Das kann doch nicht sein Und wieder nur Stage 6 Ein Leben hätte ich jetzt echt gut vertragen können Aber okay Egal Egal, Level 6 Los geht's Äh, da rein So So Nein Und dann fällt man da runter Und dann fällt man da runter Dann fällt man einfach runter Ach, Mann So Ja, einfach mal Oben Toll Äh, Aua Na, werf Werf Na, werf Werf Das war mies Okay So, Nummer 1 ist weg Nummer 2 kriege ich nicht mehr hin Och, nö Och, Mann Das kann doch langsam nicht mehr wahr sein Ja, jetzt mach einfach ein bisschen schneller Also, so viel Game Over, ja Das ist wirklich kacke So, weg, weg, weg Bleib einfach weg Bleib einfach weg Bleib einfach weg Bleib doch einfach weg Bleib einfach weg Mann So Versuchen wir nochmal oben Das fängt ja schon mal super an Das fängt Oh, ich bin gleich schon wieder tot Ja, natürlich Da, guck Oh, Gott, ey Fickt euch So So, Nummer 1 Nummer 2 Nummer 3 Nummer 3 Na komm Nummer 1 Na, na, werf Nummer 2 Na, na, komm Na, komm Na, komm Werf Ja, fein Nummer 3 So Wer ist das gewesen Boah, was haben wir da Was haben wir da Was haben wir da Was haben wir da Toll Schneller Kirby Schneller Kirby Ähm, ich frage, ob ich das jetzt bekommen Wie bekommt man jetzt das 1-Up? Äh, keine Ahnung Okay, so nicht Nee, so auch nicht Schade, egal Toll Solche Level könnten sie sich auch sparen Och nee Okay, kommt hier unten noch irgendwas? Mist Okay, so Na, werf deinen komischen Stock So Komm runter Komm runter, trau dich So Mist So, jetzt fehlt mir nur noch der da oben, glaube ich Oh, ich weiß nicht Oh, ich weiß nicht Oh nein Seit wann können die denn zur Hölle springen? Ach, Leute Ach, Leute So Na, komm her Jetzt musst du ja runterkommen Na, komm runter Diese Eisfläche, die bringt dein Ups, auch noch so zum Rutschen dabei So 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 Den hätten wir Und Und Ja Nein Ich dachte, das wäre es jetzt gewesen Oh, jetzt aber Boah, endlich, ey Und raus aus dem Level Und jetzt nochmal, am besten nochmal hier A schaffen, dass ich Noch ein Leben, nein Fuck, oh, Entschuldigung, das wollte ich nicht Ich hab versehentlich Auf den Tisch gehauen, naja, versehentlich Ist nicht ganz richtig, aber ich auch auf den Tisch gehauen Aber jetzt Hänge ich hier wieder bei dem Boss und wahrscheinlich wird er wieder kacke Schnapp's dir, oh Gott, ich schnapp's mir Yay Hey, ich hab' ein Schwert Was kann ich damit tun? Okay Was macht er? Was macht er? Oh Gott Was macht er? Macht er mehr nicht? Das kann nicht sein, oder? Oh, okay, sowas macht er auch noch Alles klar Aber so schwer kann der jetzt nicht rüber Es sei denn, der hat mehrere Phasen oder so Und, äh, ja Ich hab' mir das Schwert geschnappt Toll Einfach nur stumpfes Backen, geht's mir also schon, oder wie? Okay Okay, Kirby Dance Der Boss war jetzt aber Simpel Aurora Allee Okay Auf geht's in die Aurora Allee Kann ich jetzt so durchfraschen? Oh, 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 nein Stern Stern Ach, nö, jetzt ist es weg, oder wie? Das wusste ich ja nicht, dass man das verlieren kann Das ist ja gemein. Das ist gemein gewesen. Och man, schade. Ich dachte, ich kann das jetzt für immer behalten. Ähm, ja, los und weiter, so. Und hier geht's lang, zack, bla bla bla. Oh, wie ich sehe gerade, wir sind schon wieder über die 15 Minuten. Also ich mache hier nochmal wieder ganz kurz Pause und wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich.